Ne, Fatlin, ja, my tell, und liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play SWAT 4. Ich bin schon mal in unserer Career in SWAT 4. Ja, das ist, hm, ja. So, Briefing. Das ist unwichtig. Was für ein schöner Notruf. Sir, es wird mir wirklich helfen. Wenn sie mir eine Adresse geben könnten. Was zum Teufel, wollen sie mich verarschen? Ich dachte, das hier ist ein Notruf. Ach, schön. So, dann haben wir den Fronteingang. Oder, ne, ja, eben gerade nicht. Zeit in Trends. Weiß man nichts drüber. Weiß man gar nichts drüber. Timeline ist unwichtig. Equipment. So, das sieht doch alles so legitim aus. Und Start. Okay. Und da wären wir auch schon. Was steht da? Nichts wichtiges. Oh, Cops. Hallo. Hm. Kriegsschaden. Egal. Ich versuch's lieber nicht. Was? Wo sind wir eigentlich gerade in den USA? Auf dem Polizeiwagen steht doch immer was drauf eigentlich. Kann man auf dem Wappen irgendwas erkennen? Steht da New York? Da steht doch New York City oder nicht? Police Department New York City. Hm. Also, das Add-on Statchkopf-Syndicator-Spiel in L.A., soweit ich weiß. Aber hier sind wir anscheinend in New York. Finde ich interessant. So. Oh. Hallo. Miss. Geht's Ihnen gut? Entfernteam, um zu sprechen. Civilian-Hit. In need of medical attention. Be ready. Roger that. EMTs standing by. So, was haben wir hier denn? Schöne Kartons. Ey, wir können hier sogar rauf. Woohoo! Gut, also würde ich mal sagen... Gold. Stack up on that door. Check. On it. Verschanzen wir uns mal schön hier. Gut, die Tür ist unlocked. Mirror under the door. Swap with me. So, mal sehen, ob irgendwer da drin ist. Nicht ganz wie eine Granate verschwenden. Okay, dann. Fall in. Achso, das ist es folgen. Ähm. Cover. Stimmt, Cover geht ja auch. Cool. Ähm. Geht durch da. Geht. Let's roll. No, das ist ein Ratsch. Das ist Entfernteam. No, das ist ein Ratsch. No, das ist ein Ratsch. No, das ist ein Ratsch. Ähm. Notifying EMTs. Was zum Teufel? Habt ihr das gehört? Alter! Was war das für eine Schießerei? Es ist kein bisschen übertrieben. Hi. Oh Gott! Scheiße! Ähm. Welchen Weg gehen wir jetzt? Da ist ja anscheinend gerade die Kacke auch nicht am Dampfen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal außen rum. Wie sag ich das? Regroup und folge mich. Genau. Auf die 6. Ich glaube, hier kam immer einer raus. Aber ich sehe gerade niemanden. Was haben wir denn da? Nichts Relevantes. So. Hinter dieser Ecke. Let's check that corner. Ich glaube, da ist eine Treppe. Und ich glaube, da war immer jemand. Oh! Ein Suspekt in Sicht. Scheiße! Diese Schießerei, die klingt immer so brutal. Oh, scheiße. Ähm. Deploy. Deploy. Ähm. Nichts. Etwas weiter um die Ecke. Und dann... Stinger. Use a Stinger grenade. Suspekt contact. Hier geht's. Oh! Halt! 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 Haben wir ihn? Oh! Suspekt bereit für Verwaltung. Geh raus! So. Dann... Restrain. Hier geht's. Nimm ihn fest. Ist da noch jemand? Okay. Zum Glück nicht. Oh, ne Meck. Copy. Stay sharp. Get ready on the door. Checken. Höftes Graffiti, muss man ja sagen. Was steht da eigentlich? Äh. Boah, da bin ich hier zu nah dran fährt. Da brauche ich eigentlich Abstand. Ich weiß nicht. Könnt ihr das sehen? Ihr sitzt ja weiter vom Monitor weg. So. Ab... Wer es entschlüsseln kann, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich nehme mal hier alles auf, was man hier so abblicken kann. Mal gespannt, ob sich denn jemand verbirgt. Nur Suspects visible. Wisst, da waren doch eigentlich immer welche. Da ist so eine Lounge. Mit, ähm... Ausblick in den Disco-Raum. Was sich in so einer, ähm... Zwielichtigen Um die Ecke Disco auch voll lohnt. So was. Gut, ähm... Breach and clear. So. Open and bang. Clear it. Using C2. So, bin mal gespannt, wen wir jetzt so sehen. Oder ob wir überhaupt irgendjemanden sehen. Okay, da ist auf jeden Fall jemand. Es darf keiner schossen werden von meinen Leuten. Oh, der hat sich ergeben. Ist hier noch jemand? Oh, da hat er ein Coyte dabei. Oh, shit. Entretien zu sprechen. Der Suspect ist gesperrt und bereit für Transport. Der Suspect ist gesperrt. Roger that. Standing by for further reports. Toc, this is entry team. Toc, this is entry team. Der Suspect ist gesperrt für Transport. Ach, das war ein Suspect. Haben wir den getötet? Ich denke mal. Obwohl hier auch ziemlich viel geschossen wurde. Fear of flying. Angel of the old. Hm. Erinnere mich gerade irgendwie ziemlich an... Max Payne. Mit dem, äh... Ragnarok-Club heißt er, glaube ich. Ja, Max Payne ist ein tolles Spiel. Wollte ich schon vor dem Jahr mal aufnehmen, aber das läuft irgendwie nicht unter Windows 7. Also, das läuft schon. Aber irgendwie habe ich da ordentlich Probleme mit dem Sound. Und jetzt seit ich 64-Bit benutze, ist das nicht mehr kompatibel. Ich habe es vor ein paar Wochen nochmal versucht. Naja, vielleicht kriegt man es irgendwann nochmal gebacken. Also, Stack. Ich glaube aber, da sollte niemand sein. Aber wir machen es mal professionell. Hierin. Check unter der Tür. Nehmt, du in die Position. Eigentlich ist man so als Fünfter, er völlig erst, äh... Ja, Fünfter hat am Wagen. Eine Person, unarmt. Also, okay, eine Geisel. Ähm... Open and clear. Open and clear. Geht, wenn bereit. Okay, ähm... Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. So. Die decken jetzt die Tür ab, sodass ich in Ruhe die Geise hier... Äh... Sipkaffen kann. So ein Kabelbinder muss voll brutal sein. So an den Armen. Gut. Ich würde sagen... Ja, ja, ja. Danke. Finde ich gut, dass sie auch Updates geben. Diese Coverfunktion, die habe ich nie verwendet. Soll die echt mal machen. Scheint praktisch. Gut, ähm... So, Leute. Schade, dass man nicht sprinten kann. Vielleicht hätte ich jetzt schnell runtergerannt. Okay. Oh, scheiße. Ich hätte gerade fast einen Typen von mir erschossen. Scheiße. Warum ist er tot? Das war nicht geplant. Das war nicht... Meine Absicht. Oh. Ist ja richtig, äh... Spannung hier. Hä? Wo ist denn? Gibt's die Marke? Nee, höre ich die Zigarettenmarke? Wuhu! Randale! Würde ein gewisser Plüschhase jetzt sagen. Ich muss mir abgewöhnen, immer nachzuladen. Weil man das Magazin ja nicht auffüllt, sondern wechselt. Okay, hier ist niemand. Aber hier ist auch unser Sierra. Der hätte uns auch Bescheid gesagt, wäre hier jemand gewesen. Oh. Oh. Killer in Fairview. Wie geil. Hatten wir am letzten Level. Wie ist das bitte passiert? Ich wollte nur Milch holen gehen. Oh, scheiße. So. Was haben wir hier denn noch? Silent Harbinger Premium EU. Was? Das ist der Deutsch. Das weltbeliebte Wir Deutschlands. Äh, verdammt. Ich kann nicht mit dieser altdeutschen Schriftseite aufpassen. Was soll das für ein Wuschabe sein? Grochenheizer oder so? Jetzt geht's richtig los. Ach schön. Ja. Und das geht es jetzt. Auch wirklich. Da oben sitzt irgendwo unser Sierra-Typi. Nee. Hä? Ach, ein Fenster weiter, glaube ich. Ja. Da oben irgendwo. Aber die sind ja sowieso nicht richtig existent da. Ich kann ja mal, ähm... Genau. Sieben Blue One. Das müsste ja Jackson sein, ne? Oh. Die sind verwundet. Nee, fehlt's. Bluetooth hätte ich denn gern. Ich mag Jackson. Warum auch immer. So. Hä? War die Tür die ganze Zeit offen? Ähm... Ja, guck doch mal nach. Ich glaub zwar, da war niemand, aber... Die hätte uns eigentlich bemerkt. Wo ist Jackson eigentlich? Ach, der sichert hier. Okay. Verstehe. Gut, dann... Guck in da und clear. Oder... Öffnen und klären. Oder säubern, besser gesagt. Treehorn, the black balloon. Gut, dass ich da ganz... Okay, so raus. Oh, Toiletten. Die können es eben nicht brutal sein. Da erinnere ich mich gerade an eine gewisse U-Bahn-Station aus dem Statchcops Syndicate. Und wer das kennt, der wird, glaub ich, gerade mit mir fühlen. Scheiße, nein! Denken die jetzt trotzdem? Oh, bitte nicht. Scheiße! Nein! Nein! Wer? Was zum... Warum musste immer gerade Jax zuerst sterben? Verdammt, ich seh nichts! Warum mussten die unbedingt die Flashdang noch werfen? Oh, scheiße! Okay, wir haben mal einen Officer verloren. So, da ist noch mal eine Waffe. Verdammt! Jaxxon! Jaxxon, du hast mein bester Zeit! Oh, scheiße! Warum kann ich dich nicht looten? Naja. Rennen wir mal weiter. Hallo? Okay, hier ist niemand. Ähm... Voll in, also feiten wir in den Rücken. Oh, ne Gitarre. Schlagzeugchen. Schade, wäre toll, wenn das... wirklich Geräusche machen würde, wie beim Schlagzeug. Nein, Tai, nicht nachladen! Okay, zu spät. Hallihallo, hallöle. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt... so mache? Geil, dann kann ich Befehle geben. Blue Team, fall in on me. Äh, ne, 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 ne. Geh da. Entstanden, moving. In Position. Ich muss doch unbedingt mit den verschiedenen Teams arbeiten. Wie wechsle ich die? Ach, mit Tab. Okay. Gut. Also blau... Blau geht von der Seite und rot geht jetzt von der Seite. Und ich unterstütze dann so lange Fields, weil der alleine ist. Äh, nein! Scheiß KI! Oh, scheiß! Zum Glück war ich hier niemand. Verdammt. Reddy. In a minute. Toll. Schön. The world and the coming times. Dr. Theodor Drossowski. Ja. Klingt überhaupt nicht russisch oder ostisch. Beef. Boah, jetzt habe ich Hunger. Stimmt, ich habe ja noch eine Pizza. Jam, 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 jam. So. Eigentlich haben wir jetzt... Hier mirror ich mal selbst. Ich habe Blicke da so spontan niemanden. Das wäre auch der, ähm, alternative Startpoint gewesen. Ich glaube nicht, dass da jemand ist. Mit deinen Händen auf und runter geht! Run! Gut, richtig geschätzt. Hier könnten wir jetzt die Mission verlassen, aber das wäre ja Quatsch. Wir sind ja noch mittendrin und fast fertig. Warum sollten wir sie jetzt beenden? So, hier könnte es doch ein bisschen hakelig werden. Ähm, ich bin dafür... Ah, für jetzt kann ich mirrern. Ich bin dafür, dass... Blue mir permanent folgt. Gut, dann mirrert mal. Da sollten ja noch Gegner sein, auf jeden Fall. Ich glaube, na, eine Seite gibt es nicht. Einer, okay. Ich würde sie gerne durch die Wand durchbrechen, aber leider geht das nicht. So, dann müssen wir halt alle von einer Seite kommen. Ähm, ja, ich bin dafür... Das Ding... Nein, Moment! Das Tolle ins Däschkopf ist, da kann man Befehle halten. Das heißt, ich kann Befehle erteilen und dann sie gleichzeitig ausführen lassen. Das wäre hier jetzt toll. So, das ist jetzt... Flashbang. Ich nehme mal die Stinger. So. Ihr nehmt jetzt die... Flashbang. Eigentlich brauche ich gar keine Stinger. Ja, komm, das ist übertrieben. So. Bang und fertig. Und blau, du coverst. Go, so, so. Wow, das ist... Ach so, das ist ein Zivilist. Wo ist denn... Ach, da bist du. Wo ist denn die Waffe? Da. Äh, und das war's dann? Dann sind wir durch? Das war's schon? Interact? Was zum... Ich höre nichts. Ich hätte gerne Musik. Hm, irgendwie kann man damit nicht interacten. Obwohl es da steht. Hübsches Bild. Was zum Teufel soll mir das bitte sagen? Ähm, gibt es das Bild wirklich? Und welche Frage sich mir viel mehr stellt? Sind diese Fratzen da auch wirklich drauf? Oder ist das ein Easter Egg irgendwie, dass ich nicht durchblicke? Geld! Geld! Wir einsammeln! Naja, aber dann müssten wir jetzt eigentlich... Vier Reporte fehlen. Und vier Waffen. Hä? Was? Das ist, ähm... Merkwürdig. Wo? Fehlen Reporte. Ach, hier fehlt... Okay. Aber, ähm, hier hab ich alles reported schon. Da vorne auch. Oh! Scheiße. Da waren wir doch gar nicht drin. Gut, ähm... Warum... Da muss ja einer hinter stehen. Sonst fällt mir nicht ein, warum... Die nicht aufgeht. So. So. Los, schrei! Brüll! Warum brüllt ihr nicht? Auch wegen der Tür. Stimmt. Gut. So, und ihr rennt schon mal... da rein. Und dann sollten wir auch eigentlich hier nach durch sein. Report. Report. Und jetzt! Entretien-Team, um zu sprechen. Es ist ein Untergrund. Es ist ein Untergrund. Entretien-Position. Entretien-Kopie. Copy. Niemand hier. Es ist klar. Hier ist nichts mehr. Jetzt müssen wir hier alles haben. Ein Status fehlt. Von wem? Wir haben doch jetzt alle, oder nicht? Welche haben wir gemeldet? Habe ich hier irgendwen vergessen? Dich habe ich? Euch habe ich alle? Ist da oben noch jemand? Ah! Hallöle! Wie geht's? Wie steht's? Yay! Rage-Mode! Wir sind jetzt durch. Ich will hier den Menü-Screen. Wie, was? Okay, es fehlt doch noch was. Scheiße. Hm, nur wo? Hier war ja nichts. Hier oben vielleicht. Dich habe ich gemeldet. Dich habe ich gemeldet. Dich habe ich gemeldet. Dich auch. Hm. Hä? Du bist gemeldet. Hier. Ich habe doch jetzt alle. Sonst ist hier doch niemand mehr. Ach, Mann. Wo kann da noch jemand sein? Deswegen ist... Ich habe keinen Bock jetzt nochmal alles durchzulaufen. Das ist... Rrrr. Finde ich jetzt doof. Dich habe ich gemeldet. Hier war sonst niemand. Dich habe ich gemeldet. Ach, ich glaube, ich habe Jackson nicht gemeldet. Oder? Doch. Hä? Dich. 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 Da fehlt... Wo fehlt denn jetzt noch jemand? Das würde mich jetzt echt mal... ziemlich interessieren. Also, wir haben jetzt alle Räume abgeklappert. Es gibt keinen mehr, der fehlt. Hä? Was? Dich? Entry-Team, um zu sprechen. Der Suspekt ist sicherlich und bereit für Transport. Begeleid. Okay, so einfach kann es sein. Wir haben... Was? Ich habe einen Officer verletzt? Ah, dann habe ich mich also nicht vertan, als ich da reingeschossen habe. Okay. Und... Was? Unauthorized Use of Deadly Force? Ich habe... Habe ich die Geise getötet, oder was? Moment. Moment. Sit down. Merkwürdig. Gut. Äh. Ich habe... Ich habe sie... Wie ist denn verletzt? Das ist ja super! Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? Habe überhaupt kein Zeitgefühl gerade. Ach, noch überhaupt nicht lange. Es kommt mir gerade vor wie eine Stunde. Zumindest ist mein Mund gerade so pappig. Jetzt hätte ich schon eine Stunde geredet. Und... Naja. Da mein Mund immer die Wahrheit sagt und ich jetzt gerade an Pizza denken muss, höre ich tatsächlich jetzt nach dieser kurzen Zeit schon auf. Also... Nicht mit dem gesamten Display, mit der Aufnahme jetzt. Vielleicht nehme ich heute noch mal was auf. Vielleicht später. Weiß nicht. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ne... Bis zum nächsten Mal. Bye.